Hi und herzlich willkommen zu diesem Video auf dem Wind Lounge YouTube Kanal. Wir haben hier das F-Ride von Patrick. Das ist ein sehr einfach zu fahrendes Freeride Board und ich zeige euch in diesem Video warum. Grundsätzlich gilt, wenn ihr Fragen habt zu diesem Produkt oder grundsätzlich dann schreibt uns bei der Wind Lounge, wir helfen euch gerne weiter. Aber jetzt schauen wir uns an, warum dieses Brett so gut für Einsteiger und Aufsteiger geeignet ist. Zum einen hat es auf jeden Fall einen längeren Shape als vergleichbare Freeride Boards von anderen Marken. Man könnte sagen, es ist ein bisschen mehr Oldschool, wobei man das natürlich nicht negativ betrachten darf, denn im Heck haben wir viel mehr Volumen als noch bei früheren Brettern. Das heißt, wir haben das Positive der Länge kombiniert mit modernen Aspekten der Volumenverteilung. Die Länge hilft, dass man einfach besser und einfach angleiten kann und sorgt für ein angenehmes und vor allem ruhiges Fahrgefühl. Wir schauen jetzt hier direkt einmal unter das Brett und zwar sehen wir nämlich, dass wir keine Cutouts haben und das kombiniert eben mit dieser Länge, sorgt für ein total konstantes und einfaches angleiten, was natürlich für die Zielgruppe dieses Brettes wesentlich ist, dass man früh und einfach ins gleiten kommt, gerade wenn man das verbessern möchte oder sogar erst lernen möchte zu gleiten. Dann noch ein kurzer Hinweis, wir haben hier eine Full Deep Tuttle Foil Box drin. Das heißt, man kann hier drin auch ein Foil fahren. Das Brett ist aber auf jeden Fall nicht darauf optimiert, ist aber natürlich einen Hinweis wert. Wir schauen uns jetzt einmal die weiteren Features hier oben auf dem Board an. Um sich einmal die Länge bewusst zu machen von diesem Board. Wir haben hier als Referenz 145 Liter und dieses Board ist gut 20 cm länger als von Freelide Boards von vergleichbaren anderen Marken und ist dafür aber 5 cm schmaler. Einfach, dass man mal so eine Relation vor Augen hat. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch direkt über die Fußschlaufen und die Footpads sprechen. Die Footpads sind extra dick und weich. Das hilft natürlich auch, dass man sich einfach wohlfühlt auf dem Brett, dass man gerne in den Schlaufen steht und seine ersten oder seine verbesserten Gleitversuche macht. Zu den Fußschlaufen-Positionen. Hier kann man sich natürlich aussuchen, ob man die weiter außen oder weiter innen hin macht. Grundsätzlich, je weiter innen, desto zentraler steht man natürlich über der Brettmitte und desto einfacher kommt man auch in die Schlaufen. Man kann hier hinten sogar auswählen, dass man nur mit der Center-Schlaufe fährt, also nur eine Schlaufe in der Mitte. Das hilft, wie gesagt, Leuten, die wirklich einfach lernen, Schlaufen zu fahren und vor allem zu gleiten. Wenn man dann ein bisschen mehr Erfahrung hat, kann man die Schlaufen einfach immer ein bisschen weiter nach außen setzen, denn dann kann man einfach ein bisschen mehr Power auf die Finne geben. Man kann das Brett so ein bisschen mehr railen und einfach die gerade Ausfahrt wird ein bisschen sportlicher und schneller, als wenn man eben so zentral, ganz aufrecht über der Brettmitte steht. Die Volumenverteilung bei diesem Brett ist eben auch das, was das Brett ausmacht im Vergleich zu wirklich Oldschool-Brettern. Denn wir haben schon angesprochen, das Heck ist ein bisschen breiter als bei Oldschool-Brettern. Das heißt, das hilft zum einen und zum anderen ist die Volumenverteilung halt sehr gleichmäßig und generell haben wir eine sehr einfache Deckform. Das heißt, auch Anfänger, die mit den Füßen noch neben der Mastspur stehen, werden sich hier sehr wohl fühlen. Man kann auf dem Brett natürlich auch noch gut Wenden fahren durch das Volumen hier neben der Mastspur. Die Mastspur an sich geht auch gerade über in dem Deck und ist nicht eingelassen. Das kennt man zum Beispiel von Free-Race-Brettern. Dann ist der Schwerpunkt vom Segel einfach ein bisschen tiefer im Brett, ist natürlich aber anfälliger für Stürze etc. Das heißt, das ist definitiv die bessere Wahl für Anfänger und Fortgeschrittene im Free-Ride-Bereich. Die Rails sind auch sehr easy gewählt. Sie sind halt relativ rund. Das hilft nochmal, dass man entspannt durch den Shop fahren kann und dass man auch entsprechend gut Manöver fahren kann auf diesem langen Brett. Grundsätzlich gilt bei den Patrick-Produkten, dass man anhand der Farbe immer schon ungefähr erkennen kann, welche Segel zu welchem Brett passen. Bei Free-Ride haben wir zum Beispiel Blau. Das geht dann über Free-Race Orange zu Rot bei den Race-Segeln. Nur so das als kleiner Hinweis. Wenn da natürlich Fragen sind, einfach melden. Gar kein Problem. Schauen wir uns genau an, was zu euch passt. Und wir haben nämlich in so einer ähnlichen Farbe, in ein bisschen mehr Turkis, haben wir das F-Cross-Board noch hier stehen. Denn genau genommen sind beide Bretter Free-Ride-Bretter. Der größte Unterschied ist, dass das F-Ride ist wirklich auf Einfachheit getrimmt und geshaped. Da fühlen sich auch alle Größen ungefähr gleich groß an. Sprich, wenn man das größere kennt und dann einfach das mit einem kleineren ergänzen möchte, dann kann man eben in dieser Produkt-Range bleiben und hat genau das gleiche Fahrgefühl. Beim F-Cross ist das hingegen so ein bisschen unterschiedlich. Die großen gehen mehr in Free-Ride-Richtung und je kleiner die Größe geht, desto mehr geht es in Richtung Waveboard durch den unterschiedlichen Bottom-Shape und die Rails und so. Wenn ihr euch also als Freerider seht, im Sinne von Anfänger oder Aufsteiger und ihr wirklich einfach ein einfaches Brett wollt, dann ist das F-Ride für euch. Wenn ihr Freerider seid, im Sinne von nicht wirklich Racer, aber auch nicht Wafer, sondern ihr wollt einfach ein sportliches Brett für alle Zwecke, dann ist das F-Cross eventuell das Richtige für euch. Checkt da gerne nochmal das gesonderte Video ab und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.